Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, was man eigentlich machen kann, wenn die Amazon Fire TV Stick Fernbedienung nicht geht und somit sich auch nicht mehr richtig verbinden lässt. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn deine Fernbedienung zu Hause jetzt nicht mehr richtig funktioniert, dann kann das natürlich die unterschiedlichsten Ursachen haben. Doch ich zeige jetzt einfach mal die häufigsten Lösungen, die normalerweise auch immer funktionieren sollten und ich hoffe für dich natürlich auch. Der Klassiker, wenn irgendwas nicht funktioniert, sind ganz klar leere bzw. alte Batterien, die einfach nicht mehr funktionieren. Zum Wechseln müssen wir unsere Fernbedienung einfach einmal umdrehen, dann können wir das Kästchen hier nach oben leicht aufschieben. Funktioniert übrigens bei allen Modellen relativ ähnlich. Die Kappe bzw. den Deckel hier oben entnehmen und schon sehen wir unsere Batterien, welche wir jetzt hier einfach entnehmen können. Und dann gebe ich einmal die neuen hinzu. Nummer 1, Nummer 2 und schon kann ich meine Kappe hier wieder drauf geben. Schauen, dass das Ganze wieder schön einrastet und somit haben wir jetzt neue Batterien in der Fernbedienung drinnen. Wenn der Batteriewechsel bei dir jetzt nichts gebracht hat, dann sollten wir mal unseren Fire TV Stick genauer anschauen. Hier hat man nämlich normalerweise einen Netzstecker dort, also dieser Stecker hier geht zu meiner Steckdose und den entferne ich jetzt einfach einmal. Ich nehme sozusagen den Strom von meinem Fire TV Stick. Dadurch wird die Verbindung zwischen dem Fire TV Stick und meiner Fernbedienung getrennt und das lasse ich jetzt mal für circa 30 Sekunden draußen. Und danach stecke ich den Netzstecker hier wieder rein und dann sollte er auf jeden Fall versucht werden, eine Verbindung wieder herzustellen. Wichtig hierbei, du solltest unbedingt die Fernbedienung in der Nähe von deinem Fire TV Stick lassen. Wenn auch das bei dir nicht geklappt hat, dann einmal die Fernbedienung zur Hand nehmen. Hier in der Mitte befindet sich ein Homebutton und diesen drücke ich jetzt einmal für circa 10 Sekunden. Dadurch wird auch die Verbindung zwischen dem Fire TV Stick und der Fernbedienung zurückgesetzt. Wichtig hierbei, man sollte auch unbedingt in der Nähe von dem Fire TV Stick sein und am besten die Fernbedienung in seine Richtung zeigen lassen. Das sollte bei mir jetzt auch schon reichen. Normalerweise wird jetzt die Verbindung wieder automatisch probiert herzustellen. Wenn es bei dir zu Hause der Fall ist, dass du unter dem Filmeschauen auf einmal keine Verbindung mehr zur Fernbedienung hast, dann kann dieser einfache Tipp jetzt auch eine Lösung für dich sein, dass du nicht extra immer diesen Netzstecker von dem Fire TV Stick hier rausziehen musst und dann wieder von vorne beginnst. Hierfür einfach einmal die Fernbedienung hinten öffnen, eine Batterie herausnehmen, jetzt ist die Verbindung unterbrochen zum Fire TV Stick, danach die Batterie wieder reinlegen und schon wird ein Versuch gestartet, wieder eine Verbindung zu der Fernbedienung herzustellen. Somit sind wir jetzt auch schon die häufigsten Ursachen für einen Verbindungsfehler zur Fernbedienung durchgegangen. Ich hoffe, bei dir zu Hause funktioniert es jetzt wieder. Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann wird deine Fernbedienung leider einfach kaputt sein und ohne eine große Reparatur wirst du das Ganze nicht mehr hinbekommen. Wenn du dir für zu Hause jetzt so eine Fernbedienung nachbestellen möchtest, entweder mit oder ohne Fire TV Stick oder dir auch gleich mehrere solche Ersatzbatterien auf einmal zulegen möchtest, um einfach etwas Geld zu sparen, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenerstellungen zu einem relativ günstigen Preis. Das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir als Einstwesen das hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.